Herzlich Willkommen zur dieswöchigen Sonntagsausgabe von The Binding of Isaac Rebirth Und wir haben gestern das Negative completed und ja, dengisch for the win und starten heute durch Nachdem wir mit Assaceal den Boss Rush, das Herz und Satan geschafft haben Starten wir heute nochmal mit Lazarus durch und versuchen hiermit unser Bestes Um heute im Keller mal wieder Rangedown, na, toller Anfang Um heute nochmal an, hallo, zumindestens das Herz ranzukommen Satan haben wir oft genug besiegt, das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt mehr unser Ziel Und wir kriegen mit der ersten roten Kiste gleich mal einen Teleport in den Bossraum Äh, in den, äh, Raum, in den Devil Room, so rum So, Speed Up, nachdem wir hier zweimal Rangedown haben Und Gabi Spaw Nice, das ist das erste Gabi Item, würde ich mal fest behaupten Von dreien Und hier haben wir wieder Bob's Brain Ein Item, mit dem man sich super selbst töten kann Aber, das auch sehr, 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 sehr hilfreich sein kann Das heißt, wir nehmen es mit Und Ham Ham Na, oh, also Geht doch So will ich das haben Oh Gott Ja, also ich finde die Viecher echt einfach eigentlich Oh, okay Wenn wir Bob's Brain haben, dann sollte ich ein bisschen Abstand halten Darauf muss ich jetzt echt achten Mal Oh Gott Ich hatte kurz Angst, dass das Ding wieder Oh Glück vom Mund hat Ich hab nicht gedacht, dass das bis zum, äh, Raumende geht Da hab ich jetzt gar nicht aufgepasst So Ein halbes Herz Und jetzt musst du mich noch mal ganz kurz entschuldigen, bitte So Kurz gehustet Und weiter geht's Ein schwarzes Herz Ein schwarzes Herz Und hier ist nix mehr Okay Gut, diesmal können wir uns wieder Zeit lassen Wir peilen diesen, äh, heute mal den Boss Rush nicht an Auch wenn der Von der Folgenlänge her Genauso lang ist wie alles andere Aber gestern der war cool, oder? Der Run war mega geil Und Widow Ach Ja, Bob's Brain Perfekt gegen Widow Ah Dieses Vieh ist so fett Viel zu fett Und, und, und die Range Das, oh, ah Jetzt, Bob Ah Jetzt aber Bob, bam Jawoll Okay, vielleicht zuerst den Knobel hier Damit der keine Spinnen spawnt Und dann die eine hier Zack Und, jawoll Das Halt HP ab Und Wir haben keine Bombe Das heißt, wir können nicht in den Secret room Der offensichtlich leider wäre Wir hätten Schlüssel, könnten in den Job Aber mit Null Münzen ist das sehr unvorteilhaft Und nur Schlüsselverschwendung, will ich mal fest behaupten Das heißt Ebene 2 Und Dann schauen wir mal, was wir hier so Uh Kommt mal her Wow Nein, nicht raus, du Shit Ah Hat sich wieder durchgespackt Nein Ah, das sind so viele Spinnen Hör da auf Au Oh mein Gott Nein Da komm ich nicht durch Alter War es ein Kackraum Ich habe so gehofft, dass für die Explosion von dem Kack fast viele töten Aber nein Das spackt sich die eine durch Und wegen der einen haben wir alles verkackt in dem Raum Alter, sind das viele Spinnen Das ist ja echt fast nicht auszuweichen Mann So Oh mein Gott Oh, wir kriegen den Flush Wir hatten Gappis vor Das reicht das Äh, das heißt Das reicht auf alle Fälle Als Bestätigung, dass wir Wenn wir noch zwei Gappi-Atoms finden Dass wir Gappi werden Ah, fliegen Ja, mit euch komm ich doch schon eher klar Nochmal ein halbes Herzchen Da seh ich einen Tinted Rock Aber Wir haben keine Bombe So Wart mal, find ich schade, dass Bob Spray nicht an den Felsen hoch geht Dass wir zu den Truhen könnten Oh ne Weg mit dir Knobbelchen Na komm Spinni, Spinni, Spinni Die andere bewacht den Knobbel auch ganz fein So, kurzer Prozess, danke Bob Spray Deswegen Deswegen hasse ich den Keller Weil er so viele Spinnen rumlaufen Ich meine, es ist im Basement jetzt schon nicht wenig gewesen Teilweise Aber hier im Keller wimmelt es nur von Spinnen Wirklich nur Und wenn wir wieder so einen Raum kriegen wie den Breiten vorhin Dann weiß ich ganz genau, was ich einsetzen werde Dann haben wir ungefähr 5000 Kaki Häufchen Ja Oder machen wir mal hier Bevor mich das Bombenvieh noch erwischt Weil ich nicht an Alles rangekommen wäre Weil die Spinnen im Weg waren Kommt, so Was haben wir hier? Den Joker, sehr gut Wir könnten natürlich gerne mit Lazarus auch direkt zu Satan gehen Da spricht ja nichts dagegen Oh man Und in diesem einen Moment Oh, natürlich Lauf ich wieder Was? Okay Oh Alter Hör auf mit der Scheiße Alter, es ist doch leckerlich Ich sag ja, Bob Spray ist so Top oder Flop Ist das Hop oder Top Mann Ich dachte, der große Geist kann uns nichts, wenn er unsichtbar ist Oh man Alter Alter Ich bin gleich aggassiv Ich spiele da einen Kack zusammen Ich dachte, der große Geist kann uns nichts, aber der hat einen Schaden gemacht Oder treu ich mich da Tears down Alter Ich will doch mal eine positive Pille von Anfang an, wenn der Lazarus schon eine Pille hat Kann das nicht irgendwie Balls of Steel sein oder Health Up von Anfang an einfach mal so Random Wush Whipworm Dann schießen wir die mal ein bisschen schneller und weiter Wahnsinn Ich meine klar, Lazarus hat ein extra Leben Das ist eine spezielle Form dieses Lebens Das heißt, wir spawnen im selben Raum nochmal mit einem zusätzlichen Herz Das ist schon echt geil Aber So was ärgert mich halt Ich musste die Geister attackieren, weil die mich sonst gekriegt hätten Und dann wirft sich halt Bob's Brain in den Kampf und dann ist es sowieso kacke, weil das Vieh uns tötet Oh, ist das ärgerlich Oh, Mann, 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 Mann Ach, wir können uns ja den Schlüssel eigentlich holen Kommt mir gerade so, wir können ja über die Steine drüberspringen Das machen wir auch noch gleich, bevor wir in die nächste Ebene gehen Wir nehmen uns auf jeden Fall den Schlüssel noch mit und werden vielleicht sogar die Goldtür öffnen Na komm Ich werde es wahrscheinlich schaffen, den großen zu unterteilen in zwei kleinere Ja, oder auch nicht Oh, Alter Nop Na komm Also wir brauchen aber auch wieder so wenig Damage Ja, aber ich laufe wieder voll rein Alter, was ist denn heute los? Unfassbar So, Speed Up Oh, Gott sei Dank Jetzt aber zack Den können wir mitnehmen Können wir auch, können wir auch dann? Ja Moms Pearl Das ist jetzt eine schwere Entscheidung Entweder mehr Soul Hearts Oder eben dieses Speed Schüssel Weil unsere Range ist dann doch Nicht mal in halbem Raum Ich glaube, da bleibe ich tatsächlich bei der Range Damit wir wenigstens so zwei Drittel vom Raum abdecken Na gut, dann Wir haben auch keine Bombe mehr Und jetzt auch kein Schlüssel mehr Oh Mann Nervt mich das immer noch Es ist eigentlich so ultra peinlich In halb ersten zwei Ebenen zu sterben Vor allem, wenn man schon, sag ich mal, Satan besiegt hat Und eigentlich nicht mal Ich behaupte jetzt einfach mal Nicht mal so schlecht in dem Game ist Ob das natürlich stimmt Das könnt ihr natürlich besser beurteilen Wie ich Ich hab vielleicht schon andere Leute gesehen Die das spielen Nicht nur bei mir Wow Hat sich das, äh Kleine Vieh hier hinter der Karte versteckt Naja Komm, geh drauf Jawohl Eine Bombe Dankeschön Ah, spit Nicht zur Not Kann ich immer noch ausweichend springen Genau Weil bei diesen Pseudo-Wegfindungsspinnchen Bin ich mir immer nie sicher Was, äh Wie, wo und wie die angreifen werden Und da ist eine schnelle Reaktion Schon ein bisschen vorteilhaft So Hallo So, komm ich da Jawohl Ich brauch die Münzen Das geht Ich muss nur den richtigen Winkel finden Und das Kaki Häufchen ein paar Mal treffen So, wunderbar Jetzt muss ich noch reintreffen Mit dem Jump Das ist einfacher gesagt Als getan Nicht nur wieder aus Jawohl So Okay Schlüssel nehmen wir mit Und wir holen uns unten Den Bucket of Large Macht uns ein bisschen langsamer Dafür zwei Herzen dazu Und halt bis jetzt aufgefüllt Das klingt nicht verkehrt Vor allem wir haben den Gürtel Der macht massives Speed up Das ist okay Sokelett Nein, okay Skelett Nein, okay Gut Hier haben wir noch einen Tinted Rock Jawohl Früher waren in den Oh Mann Im ersten Teil war in den Tinted Rocks Immer so eine Möglichkeit vorhanden Dass der Small Rock drin ist Was ein Item ist, das Damage abgibt Ob das in Rebirth auch noch der Fall ist Kann ich nicht sagen Weil ich ihn noch nie gesehen habe Ich habe es auch noch nicht Nachgeschaut im Biki Ob es den überhaupt noch gibt Wovon ich jetzt mal ausgehe Und wie man den kriegt Wie man den freischaltet Oder überhaupt Dann hätte ich schon gerne wieder Weil Damage abgibt Beim Steine aufsprengen Ist schon geil Wow Eine Batterie Die uns mal ungefähr gar nichts bringt Mit Balls of Steel Nice Wir haben wieder mal keine Bombe Aber zwei Schlüssel und sieben Münzen Wir könnten theoretisch über den Shop vorbeischauen Falls etwas im Angebot gewesen wäre Was leider nicht der Fall ist Na gut Dann Haben wir Na jetzt habe ich nur auf die 2,15er geschaut Wir haben einen Schlüssel Den könnten wir uns mitnehmen Um sicher zu gehen Machen wir das Ich behalte nur diesen einen Schlüssel Und hoffe dass wir in der nächsten Ebene noch einen finden Falls wir in den Shop wollen Und den Schlüssel heben wir uns definitiv für Den Item Room auf Aufs Maul So Verpisst dich Monstro So Die zwei Gesellschaften da unten Machen wir jetzt eher weniger Sorgen Sondern eher das fette Vieh Oh man Da steht fünf Blöcke unter mir gefühlt Und trifft mich trotzdem So fett kann das Vieh doch nicht sein Vor allem die Hitbox nach oben Ist ein bisschen dämlich Klar ist es 2D Aber normalerweise sollte ich hinter ihm vorbeilaufen können Ohne Schaden zu kriegen Was ich aber gerade nicht konnte Was dann doch relativ weit daneben war Sowas ist dann auch immer nervig Wenn man dann sowas stirbt Ein Level Room Nice Ähm im Original Bei Isaac muss ich auch noch anmerken Gab es auch die Möglichkeit Aufgrund der Flash Limitierung Ganz sich oben an den Rand zu stellen Und da konnte man keinen Schaden Durch Explosionen kriegen Weil man Eigentlich Für das Spiel Ein Pixel zu weit oben stand Und somit im Rand Und der Rand ist natürlich Ne Es gab auch ein Bug Dass in einem Raum Hier ein TNT Verstand Hier ein TNT Verstand Und hier oben im Rand Ein TNT Verstand Das hat man nie hochjagen können Das hat mich so genervt So Sind toll Damage und Range Ab Und Systeme Geh nämlich sehr gerne mit Und dann geht's ab Dass meine Nase immer anfängt Zu laufen Und zu jucken Wenn ich aufnehme Das ist echt nervig So Oh Schlüssel Nehmen wir mit Hab ich gesagt Bomben nehmen wir auch mit Wenn wir schon hier rüber jumpen können So Und soviel zum Schlüssel In der nächsten Ebene Hat sich schon mal gelohnt Das so zu machen Zack Eine Bombe Die nehmen wir natürlich auch Sehr gerne mit Und hier gehen wir auch rein Und kriegen das Jawohl Rotten Baby Nice Heißt Wir kriegen immer eine blaue Fliege Die massiven Damage anrichtet Wie ich finde Jetzt haben wir auch zwei Bomben So viele Zinterbox Werden wir hier auf der Ebene Wahrscheinlich gar nicht finden Das heißt Wir können uns endlich einmal Dem Secret Room widmen Nein Ihr hässlichen Oh Den Broken Magnet It kinda works Was war denn das noch gleich Ah Also das ist Ich weiß nicht Ob es Gegenstände ranzieht Oder Gegenstände an die Tränen ranzieht Ich weiß es gerade nicht Was das war Noch ein Schlüssel Ha Okay Alter Jetzt geht er rüber Nein Oh Mann Jetzt habe ich gedacht Ich kann es auszutricksen Das blöde Spinnenvieh Und mich unter es hinstellen Aber Beziehungsweise über in dem Fall Aber dem war leider nicht so Oh weh Da kommt das Skelett raus Weh Da kommt das Skelett raus Nein Okay Noch ein Schlüssel Jetzt werden wir aber zugeschissen Mit dem Verpiss dich Schnauze So Da freue ich mich noch sehr Über das Rotten Baby Und Sister Maggie So eine Baby Spur Hint es sich herzuziehen Ist sowieso hart geil Oh Mann So Ist auch nichts mehr drin Haben wir hier unten noch was Ja Ein TNT Fässchen Puff Und ein Herzchen Okay Ähm Keine Zinterdrucks So weit Ich sehe Da unten geht es aber noch weiter Da könnte ein Siegelloom sein Nein könnte er nicht Unter dem Itemraum Raum könnte er sein Alter Das sind immer die nervigsten Die einfach nur hinterherlaufen Und nicht einmal attackieren Dass du sie nicht töten kannst So unter dem Itemraum Da könnte er sein Da ist er wahrscheinlich auch Jawohl Das sieht doch gut aus Jawohl Sehr gut Wir haben I can see forever Tier Tier Stown Wieso nehme ich Tier Stown Ich bin so dämlich Ah ich habe wieder Ah Gedrückt Bevor ich richtig gelesen habe Ich bin so ein Trottel Oh Telepils Irgendwo anders hin Gut Wir haben die I can see forever Pille Wir haben 10 Münzen Und 4 Schlüssel Da können wir eigentlich einen nutzen Um in den Shop Zu kommen Die Bibel Oder das Kartdeck Eigentlich ja weder noch Ich lasse das mal hier Auch wenn das Kartdeck eigentlich ziemlich geil wäre Ich glaube das war sogar das Starterdeck Oder das Item Was nenntet Dass die Das ist möglich Zwei Karten mitzunehmen Ich glaube das war das Aber so wie ich kenne Werden wir jetzt Ausgerechnet jetzt Das Glück haben Ja Piep zu treffen Erstmal Und Ähm Zudem Zwei Karten zu finden Ich beide mitnehmen wollen würde Ja natürlich Ich kenne mich doch Wie verpiss dich Niemand mag dich Oh Das war eng Da komm schon Stirb doch endlich Ah man Ich lafe da voll rein So Ja jetzt Bleibt doch Danke So jetzt kriegen wir Den Let's Key Lack ab Und zwei Schlüssel oben drauf Nehme ich sehr gerne Aber wir haben auf der Ebene Noch den Icon See Forever Effekt Und genau diesen Raum Wollte ich noch finden Und da sind Zwei Spinnen drin Herzlichen Glückwunsch Da können wir uns Vielleicht das Herzchen Noch mitnehmen Und Ab dafür In die nächste Ebene Wir hängen unsere Zeit Definitiv hinterher Das heißt Ja 13 Minuten Da waren wir das letzte Mal Schon Beim Arten Gestern Ein halbes Schärtchen Hier ist noch mal Eine Münche Für den Shop Der da unten Auf uns wartet Allerspätestens In Ebene 6 Werde ich natürlich Alles Geld Wieder Spenden Deshalb müssen wir uns Auf jeden Fall Ein Schuss für den Shop Aufheben Weil ich will den Natürlich auf die volle Ausbaustufe bringen Um auch wirklich Alle Items Aus dem Ding Ausziehen zu können Ist ja klar Und dann sehe ich So einen Bagger Wieder Oh Mann Gib mir was feines Kumpel Das ist doch schon mal Nicht verkehrt So Nein du spuckst nicht Und du da hinten Auch nicht So Kurzer Prozess In dem Raum Hier ist eine Champion Vom Aue Natürlich Na komm So Noch ein Schlüssel Acht Schlüssel Oh ne Sie bleibt Alter Was Was mache ich denn Jetzt habe ich so Auf den rechts Konzentriert Dass sie den links Übersehen haben Na herzlichen Glückwunsch Das ist doch Schon wieder ein Schlüssel Sechsten Zehn Schlüssel Wir haben auch den Letchkey gekriegt Das ist Wahnsinn Aber mit drei Münzen Lohnt sich der Shop Einfach überhaupt nicht Das Jumpen Ist einfach echt praktisch So Ein Schlüssel mehr Jetzt haben wir elf Einfach mal so Random Naja So Finger weg Oder made weg Eher gesagt So Die Brutlicker Na komm Lieber Auf Nummer sicher gehen Und der eine da Der ist wieso gleich tot So wunderbar Danke Fliege Und ein Schlüssel hierfür Und Oh man Life savings Das Schweinchen Bei aller Liebe So gern ich auch die Münzen hätte Die wir kriegen würden Wenn wir Leben verlieren Ich will das springen Jetzt nicht unbedingt Dafür aufgeben Da hatte ich das springen Schon noch für Praktischer Als Geld Ja Die Cheerio Queen Oder Ja Jetzt bin ich wieder weg Ich bin ja schon Wegdrücker Ich hasse das Das mache ich schon automatisch Weil ich das ja alles kenne Aber ihr kennt das nicht Ich kann mich einfach nicht Daran gewöhnen Vor allem ich bin es nicht davon ausgegangen Dass wir einen neuen Boss kriegen Die wir es jetzt nur im Boss Rutsch gesehen haben Ich will auch die Bombe nicht verschwenden Sorry Wir müssen Du hässliches Vieh Wir können nur das Das Schwänzchen Angreifen Die Herzen gehen natürlich auch tierisch auf den Sack Oh Mann Das ist ein Ewigkeitskampf Ausweichen Den Herzen ausweichen Dem Vieh ausweichen Und dann auch noch den Schwarz treffen Ah Mann Ja wenn so weitergehen würde Wäre ich doch zufrieden Ja wenn Auch sowas zu Irgendwas So mit auszukacken Das funktioniert nicht Da unten sind schon zwei Herzen Mehr als zwei kannst du dich spawnen Sieh es halt ein Ich greife mich lieber mehr an Ja Ja genau Machst du weiter Machst du weiter Machst du weiter Wenn ich nach unten abhauen Nach unten lauft dann die Gefahr Dass die Herzen dann Mich angreifen wollen Die Herzen fliehen ja zum Glück Vor dem Spieler Das heißt die kommen uns eigentlich Weniger in die Quere Ja mach weiter Mach genau so weiter So kann ich dich problemlos besiegen Oh Alter Toll mich So jetzt Das Herz da oben weg Oh jetzt Und Ja genau Alter Halbes Herz Herz hör doch auf Kackvieh Kackvieh Machen wir einfach so wenig Schaden Auch mit den Fliegen Die halt leider auch an den anderen Körperteilen zerplatzen Folge richtig Kriegt das Tier allerdings keinen Schaden Ja komm schon Zwei Mithis Wie sind nämlich auch die zweite Tiers down Bin ich so ein Trottel Ja halleluja Es kann sein Dass das sogar Das sogar Eine Championform war Und wir deswegen So ewig gebraucht haben Weil das einfach Mehr oder weniger Fast doppelt so viel Leben hatte Oh heiliger So ich hole mir auf jeden Fall Das jetzt Noch was da rumliegt Ohne gehe ich nicht weiter Weil wir nur Eineinhalb haben Und zwei Soul Harz Das ist einfach Fast nix So Immerhin zwei Das ist immer noch fast nix Aber immerhin mehr als vorher Man muss es immer positiv sehen Ich meine in der Theorie würde uns ein halbes reichen Wir dürfen halt nur keinen Schaden erlangen Aber Das ist halt nicht immer garantiert So ab in die nächste Ebene Wir spielen jetzt schon seit 20 Minuten Und jetzt haben wir gestern schon den Boss Rush hinter uns gehabt Gebracht Und das ist gut Das ist gut Bleib du mal in der Nähe von dem Vieh Und versuch mich anzugreifen Das ist gut Du kommst nicht sehr weit So wegen euch bin ich voll krankiert Was hat mich Gerade getroffen What? Okay Ich hab's nicht gesehen Oh nein 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 verpiss dich Ich hasse diese Viecher Oh Gott Ich hasse diese Masken Oh wie gern ich jetzt eigentlich der Duke of Flies wäre Dann würden alle Fliegen wie das Vieh Spawn mir gehören Das wär ultra nice Apropos Duke of Flies Ist ja für Meining of Isaac Rebirth Ein DLC in Arbeit Mit dem Namen Afterbirth Was heißt das für uns Das DLC wird sicherlich rauskommen Bevor ich in irgendeiner Weise Irgendwas nennenswertes erzielt habe Weil ich einfach nicht Jeden Aktuell die Zeit habe Um jeden Tag eine Folge rauszubringen Oh Moment Aufnehmen Rückmachen Wieder aufnehmen Schade Ähm Das heißt für uns allerdings Wir werden Auch wenn das DLC draußen ist Wir werden wir natürlich viele 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 Es gibt über 100 neue Items In diesem DLC Wir haben jetzt schon über 450 Items Glaube ich sind das in Rebirth Wo es im Original noch um die 250 waren Oder irgendwie so um den Dreh So könnt ihr euch das vorstellen Das ist einfach eine massige Menge an neuen Äh Items Es wird einen neuen Charakter geben Es wird neue Endbosse geben Es gibt Das wollte ich doch gar nicht Es wird Oh nein Willst du mich trollen spielen Oh Gott Ähm Ja Dann nehmen wir es doch einfach mit Ich lebe gern gefährlich So Punkt Geh mir hinten noch rein Und Kaufe von unseren 6 Münzen Eine Pille Ein Herz Ein Herz Ich Komm Wir sind sowieso Nahezu ganz unten Mal Ich will doch nicht beim drüberspringen Schlüssel einsetzen Das müssen sie auch noch patchen Das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders Eine Bombe Oh Bob Spray Eigentlich so ein cooles Item Aber halt auch sehr gefährlich einzusetzen Vor allem wenn es in den Nahkampf geht Ich hätte auch einfach drüberspringen können Jawohl Das war jetzt gut Das war jetzt sehr gut Und Big Fan Fat Protector Das ist geil Das sieht so knuffig aus Hum Hum Oh ne Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Pum Habe ich beide? Ich weiß es nicht Deswegen laufe ich mal weiterhin Okay Ich hatte beides Sehr gut Das war das Ziel Oh Rainbow Kacke Geil Die müssen wir uns unbedingt aufheben Oh Ja Unbedingt aufheben So viel dazu Die heilt uns nämlich voll Wenn wir die zerstören Ich weiß ganz genau Das Danke Fliege Das Bob Spray jetzt da wieder aktiv gewesen worden wäre Und die Kacke gesprengt hätte Die müssen wir später zerstören Wenn wir Wirklich wenig Life haben Ja Oder am Ende der Ebene halt Jawohl Geh kaputt Danke Und du bitte auch Ich hätte gerne sowas wie Tears up Das ist ja echt traurig Mit dem Bob 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 Das ist schon mal ungefähr viermal zu schnell gegangen Habe ich so das Gefühl Ähm Die zwei Flammen zu stören Bitte Jawohl Und den Super-Siegel-Droom noch obendrauf Nice I can see forever I found Fills Lemon Party Luck up Das kann man lassen Und die I can see forever Nehmen wir in die Nächste Ebene mit Da wir den Raum gefunden haben Per Zufall Ist der andere nicht Nicht weiter schwer Also faktisch könnte er hier nicht unter uns sein Hier links könnte er sein Wird er wahrscheinlich auch sein Hier oben geht es nämlich auch Und hier geht es rechts und links geht es hier Hier oben geht es nicht Und unten ging es auch nicht hier unten schon Aber hier unten auch Zwei Möglichkeiten bis jetzt Hier auch okay Das heißt er könnte hier oder drüber sein Dann probieren wir es hier aber wahrscheinlich ist er drüber Ja Weil Ich vermute mal Dass das auch noch ein Indiz ist Zur besseren Identifizierung Wenn wir So einen Raum an So eine Konstellation an Grenzen haben Wo es rechts nicht gehen würde Sondern Und oben auch nicht Sondern nur beim Eingang Und an dieser einen Stelle hier Die noch verdeckt ist Dann Könnte es dann Das hier auch eine höhere Wahrscheinlichkeit ist Und oh, wir werden diese Schaufel auf jeden Fall Einsammeln Einsetzen Und kein Glück haben Diese Schaufel kann nämlich auch den Retro Secret Room auf Schaufeln Was für uns heißt Wir könnten Kostenlosen Item kriegen Oder ein Trinket Oder Irgendwie sowas in die Richtung Masker Ich hasse deine kleinen Gegner Und ich hasse dich als Bossgegner Noch viel, viel mehr Verpiss dich Mann So Jetzt Das viel noch von hinten töten Oder mit Bob's Brain Einfach von vorne Hör doch auf Mann Kackvieh Verpiss dich Bob, Bob, Bob Nein, jetzt nicht Jetzt, jetzt, nicht Jetzt Jetzt Jawohl Ah, Evil Rage und Shot Speed Up Shot Speed Interessiert mich doch nicht Ich will Tears ab Oh, Campus Natürlich Ich habe irgendwie nichts anderes erwartet Oh Jawohl Oh, das war knapp Soll ich Krampus Head mitnehmen Statt dem Jump Das wäre halt echt nice Eigentlich Mit dem Jump kommen wir überall hin Ah, wir nehmen das Teil mit Komm Was soll der Geiz Zack Und Folge Hals Yay Oh Mann Da werden wir ausgelacht wegen unserer tollen Haarbracht Kinder Ja, ich bleibe jetzt hier hinten stehen Nein Macht dieser Protektor nicht schaden? Oh Tatsächlich Okay Oh, Sloth Mistig Jawohl Wenigstens richtigen getroffen Ja, genau Das kannst du weitermachen Hör auf Weh, du spawnst Viecher Auf Kommando Hab schon verstanden Habe verstanden Eine Karte Justice Sehr, 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 sehr gerne Und wir könnten auch die Pille eigentlich direkt einsetzen Um zu checken Ob hier irgendwo Ein Raum schon angrenzt Nope Oh, das war knapp Uah, nein So Okay Campus Head Ist halt doch schon recht Mächtiger Angriff Shit Jawohl Nice Noch ein Schlüssel Wir werden mit Schlüsselzug geschissen Das ist ja unfassbar Ich bin ja gespannt Es gibt ja auch in der Theorie die Möglichkeit Wir haben ja gestern das Negative freigeschaltet Was für uns wiederum heißt Es könnte die Möglichkeit bestehen Dass wir das Negative irgendwo kriegen und finden Finden und kriegen Ne? Wisst ihr Bescheid Wenn wir das hätten So vermute ich es Wird es sein Im Original Binding Visec Könnte man ein Foto freischalten Das konnte man in diese Ebene In die ich gestern schon angespielt hatte Ähm Bringen Wenn man dort den Endbaus besiegt hat Dann Konnte man noch eine Ebene tiefer Oder weiter Und ich gehe stark davon aus Und ich gehe stark davon aus Dass es auch bei Satan so sein wird Wenn man das Negative bei Satan dabei hat Dass man noch eine Ebene tiefer kommt Und wenn wir das Negative finden und wieder äh Wieder Jetzt komme ich nicht auf die Fraße Kacke Und wieder Annahme Also entgegen Das was ich mir vorstellen würde Ich komme gerade echt nicht auf Ähm Wieder Erwartung So Dass wir das tatsächlich auch noch schaffen Satan zu besiegen Da könnten wir tatsächlich In diese neue Ebene kommen Was für dich dann doch nicht so ungeil wäre Oh natürlich treffe ich jetzt zwischen euch Basta den Burg So Einer weniger Das kackfeuer da oben Könntest du mal aufhören bitte Alter So Nein Oh man So Das schöne Geld da oben Ein Herzchen Und Na Natürlich Kamikaze Ach Quatsch Nicht Kamikaze Sondern Boom Ähm Der 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 Detonator Äh Dass wir Bomben Legen können Und dann mit Space In Luft jagen können Und uns nicht in Gefahr bringen Damit dass wir uns selbst irgendwie töten könnten sollten Vielleicht Oh nice Den nehme ich gerne Und ich werde wahrscheinlich alles spenden Weil PhD brauche ich jetzt auch nicht mehr Und das Ding da auch nicht Also ab dafür Wahrscheinlich geht da sowieso nicht alles rein Weil er jetzt wieder zumacht mit der nächsten Münze bei 55 Interessant Okay Dann hoffe ich natürlich dass wir noch ein paar Münzen finden Und der Attack Speed ist sowas von kacke Oh Okay Hier oben Oh Oh Ein Eternal Heart Das ist natürlich ganz famos Oh Gott Ich hatte Angst Dass uns Bob's Brain jetzt erwischt Und dass die Turtle hat Gefällt mir natürlich sehr 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 gut Alter Mann Warum können die sich nicht gegenseitig abschließen Das wäre ein Traum The Chereo Ja wunderbar Oh Gott Gut Noch ein Schlüssel Wir haben den Secretum schon Ähm Betreten Durch die I can see forever Wir haben die Also die Turtle Heart da hinten Müssen wir mitnehmen Weil wir nicht mehr aus Marms Raum rauskommen Okay Keinen Fehler jetzt machen Wenn es um einen Herzcontainer geht Äh hier Zack Wir haben auch Campus Head Den können wir jetzt dann gleich einsetzen In den Namen Oh wunderbar Zuerst mal The Chereo Die Rote Mamen So Das war ja exzellent Die Rote Mamen stampft nämlich Sehr sehr gerne Jawoll Oh wunderbar Und noch Oh Mann Und wir kriegen tatsächlich das Negative Fate Chosen Wir haben tatsächlich das Negative Und ist Kein Trinket mehr Früher musste man das noch rumtragen Als Trinket hat ein Trinket Platz mitgenommen Äh weggenommen Jetzt nicht mehr Cool Das gefällt mir auch sehr gut Und denn Little Brimstone Evil Friend Nehme ich auch sehr gerne mit Das ist jetzt übrigens Ähm Es kam ein Patch raus Wir spielen jetzt mit der Vision 1.5 glaube ich Und Little Brimstone ist jetzt In die Kategorie Special Items Gekommen Also ein wird seltener Er wird seltener Vorkommen Weil er doch sehr mächtig ist Wir gehen ihn ab in The Warm Und versuchen tatsächlich unser Bestes Um Mams Hard und Satan zu besiegen Und dann vielleicht sogar Die neue Ebene zu sehen Ich bin gespannt Ich bin gespannt Ich bin wirklich gespannt Ich Will mich jetzt nicht übernehmen Okay Denn wir müssen auch noch sehr 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 konzentriert bei der Sache bleiben Wir kriegen schon wieder Einen Schlüssel dazu Ich habe Von der neuen Ebene Ich weiß dass es sie gibt Und das ist alles was ich darüber weiß Ich habe keinen Plan was da abgeht Ich habe ihn noch nie gesehen Ich weiß nicht wie der aussieht Ich weiß nicht was wir brauchen Was wir eventuell mitnehmen sollen Ob da ganz 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 viele Zonen drin sind Die man aussprengen konnte Und wir vielleicht Bomben fahren sollten Oder ich habe keinerlei Ahnung Ich habe ein paar Vermutungen Ja Aber die können genauso gut falsch sein Okay der war jetzt gut Oh Gott Der Lil Brimstone ist halt einfach ein cooles Ding Und der Big Protector ist auch nicht schlecht Ein bisschen schneller könnte sein Ich bin gespannt Es gibt ein Item Der Guardian Angel Der bewirkt dass alle Items sich schneller um einen rum drehen Die man halt zur Verteidigung hat Wie das dann mit dem Fat Protector aussieht P.G.I. Poison Shots Ja wir haben eine mittlerweile große Range Ja das reicht auf jeden Fall Dann nehme ich auf jeden Fall den Poison Shot mit Uah Kack Skelette Uah So Eine Bombe Sehr gut Ach nein Nein Alter was ein Kackraum Da kannst du ja nicht ausweichen Vor allem mit Bob's Brain Haben wir uns glaube ich jetzt gerade wieder selber getroffen Das war auf die Distanz auch nicht so schwer So sehr gut Ach nein Oh ich habe das Blut nicht gesehen Ah auf dem roten Boden Sorry Mein Fehler Ganz klar mein Fehler Das Blut habe ich gesehen Ich warte gerade nur auf Bob's Brain Ach shit Das Blut da oben habe ich hier nicht gesehen Das ist aber auch extrem gay Will ich mal festhalten Nein 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 Verpiss dich Verpiss dich Okay Oh Oh ne Oh man Da kommt wieder Bob's Brain Ich habe gewusst Das ist ein Fehler war Wir dürfen die nicht zu nah an uns ranlassen Jetzt komm 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 Alter Könnte dieser blöde Boss Raum nur sein Oh man Nein Wir kommen immer noch nicht in die Nähe Oh Hör auf Ja ich verlasse mich unter anderem sehr auf den Little Brimstone Kollegen Weil der halt doch Wow Oh Echt mächtig ist Nein Das war der falsche Okay Ein halbes Herz Sehr gut Das ist in Äh Wenn wir eine gerade Anzahl Herzen haben In The Bomb Genauso viel Wert wie ein ganzes Herz Deswegen freut mich das gerade sehr Oh komm schon Ah Okay Noch ein halbes Herz Das ist jetzt gerade gar nichts wert gewesen Außer dass unsere Lebensanzeige schöner aussieht Okay Bobster ist wieder gespawned Vorsichtig sein Mann ich sehe das kacken Blut nicht Das ist so schwer zu sehen Das nervt Mann Utero 1 Komm Mama Garni Was Ach genau das Ach genau das Hatten wir schon mal Alter What the hell Alter Wie soll man dem denn ausweichen Ich sehe doch nicht wo nur Stackeln hochkommen Oh Gott Okay wir haben noch ein Herz Und wir haben noch eine Ebene vor uns Wir dürfen uns nicht mehr treffen lassen Ah Shit Ich hätte die Batterie noch mitnehmen sollen Die im Raum dem anlag Fuck Aber wir haben Damage absichtlich gerade Oh 200 Nice Danke 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 Was ist da oben drin? Eine Goldkiste Bin ich Da könnte ein Item drin sein Da könnte der HP ab drin sein In der Theorie Aber in der Theorie So räumig Wenn man nicht fliegen kann Nein Ich fühle mich hart bedrängt Jetzt bot gleich Bob's brain und tötet uns Ich sehe es kommen Jetzt kriegen wir nochmal einen Haufen Münzen gedroppt Alles klar Oh Soulheart 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 Bitte 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 Nein Verauf Oh Nein Oh Gott Huh Okay Oh Der Bossraum Oh ich glaube es ja nicht Okay 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 Das Herz Mit drei Herzen Oh Gott Oh Gott Oh Gott Dann hätten wir mit Lathos wegen schon mal das Herz geschafft Das wäre doch schon mal Biss Bob's brain Wehe 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 Oh Und ein Treffer Zwei Treffer Krepier doch du Kackauge Das gibt's doch nicht Diese behinderten Augen Mann Und das war auch tot So ein eigentlich guter Run Wir hatten sogar das Negative Anscheinend droppt das dann Weil Mab normalerweise kein Item droppt Droppt das dann das Negative Wenn wir das haben Uns Oder wahrscheinlich Oder wahrscheinlich beides Ja wenn wir das Wenn wir das andere Foto freigeschalten haben Dann wahrscheinlich beides Kann ich mir gut vorstellen Oh Gott Gut also das Negative kriegen wir bei man Wir haben jeden Run jetzt wieder die Möglichkeit In diese neue Ebene zu kommen Dieser Run hat leider nicht funktioniert Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen Ihr seid einfach awesome Leute Ich danke für jeden Klick Für jeden Support Den ihr mir geben könnt Und ich bin Ich bin euch wirklich Wirklich dankbar Aktuellen Status Keine Ahnung Was haben wir heute für den Tag Den 15. Februar Ja ich nehme das wieder mal am selben Tag auf Weil Klausurenzeit ist Ja ich brauche etwas Ablenkung Ja aber ich konnte nicht vorproduzieren Das habe ich einfach zeitlich nicht mehr hingekriegt Da war Lernen wichtiger Auf jeden Fall vielen vielen Dank Status wie gesagt 15. Februar 2015 91 Abonnenten Ich danke jedem Einzelnen von euch Mehr als das Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen Naja Trotzdem Vielen 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 Dank Auch wenn ihr kein Abonnent seid Und die Folge trotzdem angeschaut habt Danke fürs Zusehen Und natürlich meinen Abonnenten auch Vielen vielen Dank Ich will mich nicht an Zahlen festmachen Das auf keinen Fall Ich will kein Ziel erreichen von Ja ich will unbedingt ein Million Abonnenten Sondern nein Ich freue mich über jeden Einzelnen von euch Über jeden Einzelnen Den ich In irgendeiner Weise Belustigen darf Und glücklich machen kann Jeden Einzelnen Ich bin euch so unendlich dankbar Dass ihr mir den Support gebt Den ich euch Größtmöglich zurückgeben will Danke fürs Zusehen Und wir sehen uns dann Nächste Woche wieder am Samstag Zum The Binding of Isaac Rebirth Wochenende Dann hoffentlich wieder pünktlich Weiß auch nicht Ob die Folge heute pünktlich erschienen ist Aber das seht ihr ja dann Auf jeden Fall Ich wünsche euch noch viel Spaß Mit Ittle Dew Das läuft aktuell parallel Zu The Binding of Isaac Unter der Woche Jeden Tag eine neue Folge Und Morgen Äh Nicht morgen Nächste Woche Samstag Sehen wir uns dann wieder Zu The Binding of Isaac Rebirth Wenn ihr das wollt Bis dahin Leute Ciao Schöne Woche Euer Matze Tschöne Ja Ja Untertitelung des ZDF, 2020